Sie sprechen mit Peter Hansen, Rezeption. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben mir gerade die Schlüssel für das Zimmermutter 9 gegeben, aber das Zimmer ist schmutzig und wir brauchen noch nicht umgeheben. Dialog 2 Zwischendurch Immer zwischendurch Getreideprodukte Viele Getreideprodukte Ziemlich scharf Ziemlich scharf Sie sprechen mit der Räume-Rezeption Guten Tag Ich hatte vor einer Viertelstunde ein Taxi für 10.30 Uhr Jetzt ist es schon Viertel vor 11, aber bisher gar nicht anders Unser Zimmer ist nicht das Richtige Ja, Frau Trabbelchreideprodukte Wie kann es das für Sie tun? Unser Zimmer ist nicht das Richtige Der Herr Begier hat die Zimmergruppe Dialog 3 Dialog 3 Dialog 3 Dunja Breiter, Rezeption Was kann ich für Sie tun? Ich wollte fragen, ob ich ein anderer Dunja Breiter, Rezeption Was kann ich für Sie tun? Ich wollte fragen, ob ich ein anderer Ich hatte vor einer Viertelstunde ein Taxi für 10.30 Uhr Ich hatte vor einer Viertelstunde ein Taxi für 10.30 Uhr Jetzt ist es schon Viertel vor 11, aber bisher kam keins Laufschreie Laufschreie secured Entschuldig Entschuldig Verkortunbunning